Ich hatte ja meiner Mutter versprochen, dass ich den Teufel der Wut nie mehr in mich einlassen würde, aber als mich alle so stark und widerlich anguckten, da ist ein ganz glühender Teufel der Wut in mich gefahren und ich wollte es auch und ich habe mit den Füßen getrampelt und ich habe geschrien. Ich bin nicht traurig, ich schäme mich nicht. Ich bin nicht traurig, ich schäme mich nicht. Alleingelassene Kinder verwildern leicht. Ach meine Beste, ich glaube, Sie erzielen das Kind einfach nicht richtig. Wenn wir den kleinen Windfang täglich ein paar Stunden lang in ein dunkles Zimmer sperrten, würde unser Liebling wohl bald ganz bestimmt artig und bescheiden. Vorschrift ist Vorschrift. Vorschrift ist Vorschrift. Ich denke wirklich, manchmal für Erwachsene gibt es keine Freude auf der Welt. Manchmal möchte ich weinen, wenn ich erwachsen werde und manchmal möchte ich es ganz schnell sein. Verder hat ihr euch liberté... Vorschrift war dieuckland. Die visually Bis zum nächsten Mal.